Osterstrauß ist da, da hinten irgendwo in der Ecke, ist noch nicht gut platziert, kommt noch, und da noch ein paar Drücken, weil wir haben fast Ostern. Morgen ist Ostern und wir wünschen euch natürlich alle ein wunderschönes Osterfest. Das ging ja nicht schnell gewesen. Amf, 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 Amf. So, gut, okay, na denn. Vorsichtig schneiden. Die Brötchen gehen für schnell. Schnell schneide Brötchen. Sind pappig und lappig. Die Uhr stimmt überhaupt nicht. Ich glaube, es ist kurz vor zwölf oder so, aber ich habe keine Ahnung, die Uhr stimmt irgendwie nicht. So, liebe Leute, herzlich willkommen im Abend. Und zwar, heute haben wir Samstag vor Ostern und ich habe hier Alex ein Fahrrad. Der will Marathon Plus Reifen haben und der will auch sonst eine ganze Menge. Wo ist denn der Zettel hin? Da unten. Ja, da ist der Zettel, das wird er alle getan. Ja, genau. Und den Wunsch werden wir ihm mal erfüllen. Dann habe ich jetzt schon eine Dame, die möchte noch einen Korb umgebaut haben, von einem Rad aufs andere Rad. Das sind immer so eine Sachen, die man besonders gerne mag und macht. Nämlich eigentlich auch nicht. Es hat keine Aufgabe, das ist das Problem. Das ist ein Korb von einem Rad aufs andere Rad schrauben. Machen wir halt nebenbei. Kriegen wir auch noch hin heute und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wo hänge ich jetzt diesen Auftragszettel? Hier noch was zu machen. Antrieb hat Spiel. Damit meint er die Narbe. Die Narbe hinten. Spiel. Also man muss die Narbe zerlegen, hier hinten offensichtlich. Und mal... Ja, die wackelt extrem. Mal sauber machen, ordentlich. Dynamo Kappe. Mantel vorne hinten. Schutzblech hinten. Ausgerissen. Kleinigkeiten. Also eigentlich müssen wir wirklich an dem Rad beide Laufräder erstmal raus. Reifenschläuche alle tauschen. Den kannst du gedöhnt sich erstmal ab. Das mag ich überhaupt nicht so weit. Da kann er sich hinterher wieder ein Weltband organisieren vom Spielplatz oder so. Und dann machen wir eben ein bisschen schick. Und ihr schaut dabei zu. Und macht das mal aus einer fernen Position heute. Von hinten vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Jetzt schau ich mir erstmal das zweite Rad an. Das hat die damals bestimmt schon gebracht. Ja, kommt sie schon. Also. So. Wir fangen an mit dem Matt hier. Wir müssen noch ein bisschen hintereinander weg jetzt arbeiten. Weil ich hab ja nicht mehr viel Zeit. Von 12 bis 16 Uhr. Es hört sich zwar immer lang an. Ist es aber nicht. Es ist nicht lang. So. Das ist ja wegen. Wir haben erstmal jetzt hier alles. Na. Und. Anstehen. Aber ich. Oh. Der Alex hat auf. Blöd hier. Die hatten aber keine Kinderzeitung. Aber der dort. Vorne. Hat ja. Das hätt ich ja sagen können. Ja. Der hatte aber. Das war für ganz klein. Von der Konkurrenzen aufklebert an hier. Ken FM. Nee. 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 Moin. Hi. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Das muss. Gemacht werden. Das haben wir. Stell noch mal fest. Genau so. Wenn du wühlst und wie fahrt. Auf die Nutze. Ich bau mal die Kiste hier ab. Weil nur wenn ich die Kiste hier abbau. Dann komm ich hier unten. Unten dran. Um die Schutzbecher zu reparieren. das ist ja ein Eingriff in die Privatfähre kostet. Oh, ideale Zeug, Werkzeug und so. Hier ist tatsächlich noch Werkzeug drin. Bei Alex ist es kein Wunder, der weiß ja, dass man so was braucht, manchmal unterwegs, der hat ja auch ein Moped, so eine Halle, da braucht man sowas ja auch. Auf dem Plastik, der Stars kann ich ja auch nicht anfangen, Justin Bieber und so. Der ist wahrscheinlich auch Rentner. Der ist schon mal so, der ist vorallose und kämpft dann mit seiner Gesundheit. Ja, das gefällt mir jetzt besser. Die Kiste da irgendwo rauskramen. Das ist genau die Form, hat sie ihr Kante. Das sieht aus wie ein Möse. Ja, sie sieht alles in Formen. Mama, wo ist das mit den zwei kurzen, zwei langen Seiten? Ja, sie hat die Form erkannt. Mit Vierecken drauf. Und die können der Form etwas zuordnen. Ja, so ist es wahrscheinlich mit Zahlen auch. Das sieht es nicht als Zahl, als Menge, sondern als Form. Sie werden es sich nicht begreifen. Die Ärmste. Naja, das ist eine ganz neue Sichtweise. Die Säcke werden schon begreifen. Wenn du meinst. Wollen wir hier in so einen Beutel rin, nehmen wir selber so einen Beutel hier, macht die da rin und leg die da rin. Wie die dicht. Ja, na gut. Ich werde mich jetzt oben ein bisschen aufräumen. Auch zu tun. Ich denke gleich, Montag ist auch geschlossen. Mit den Leuten nicht sagen es Montag. Keine Ahnung. Ich frage mich mal. Jeder Tag wie jeder andere auch. Ich weiß nicht mal, welcher Wochentag ist. Ja, das weiß ich mir heute noch ausgerechnet. Ja, seitdem du wieder in den Laden bist, kriege ich das auch wieder auf die Reihe. Aber davor war das alles wie eins. Eine... Eine Soße. Ich war auch immer bestens informiert, dass ich noch arbeiten war, welches Datum ist. Boah, das kriege ich nie auf die Reihe. Das werde ich in meinem Lebtag nicht kapieren. Aber in der Arztpraxis schreibst du das ja 10.000 Mal am Tag und musst Stempel umstellen und so. Du, meinst. Selbst wenn ich hier schreibe, eine Quittung ausstelle oder so. Ich habe es danach wieder vergessen. Und beim nächsten Mal steht wie er da. Mit dem Datum sollte... Total wie ein Behinderter. Also mit... Ich bin so ein Datums-Degastheniker. Mein, ist das eine Kacke. Was ist denn das? Warum ist das nicht so schwer? Na gut, ich gehe wieder. Wird auch so tun. Bist ja nicht so lange bei uns nicht. Na, ich habe zu tun. Mach das fertig heute. Heute muss ich bis alles fertig ist, damit ich am Montag nicht anfange. Oder am Dienstag halt dann eben. Wenn du Zeit hast zwischendurch, kannst du ja noch Zettel malen. Vielleicht so. Für Ostern? Ja, einfach so. Kann ich nicht versprechen. Ich habe selber viel zu tun. Boah ey, meine Hand tut mir so weh. Von den... Von diesen Handschuhen. Weißt du? Ich trage die Handschuhe unter den Handschuhen. Diese... Na ja, da geht mir schon... Ist nicht ein bisschen spitzig da rein? Das stimmt. Ja. Ist ja schon eine ganz aufgeweichte Haut. Schaut mal. Alles wieder fest. Müsst du schritt hier. Ne? Geht ja gar nicht. Auch ausgerissen. Hier. Mei. Sie reißen ja gerne aus, diese Bleche. Wenn sie oben ausreißen, dann reißen sie natürlich auch hinten aus. Und vielleicht... Also unten eigentlich eher selten, aber wenn es da passiert, da ist am schlimmsten. Die Schrauben kriegt man die gar nicht ab. Und da muss man... Ganz schön fummeln. Solange man noch Unterscheiben hat, die groß genug sind, klappt das alles. Jut. Habe ich geschafft. Der ist fest. Der ist fest. Jetzt mach ich die Laufräder. Mietrad verkauft. Ich verkaufe jetzt alle Mieträder. Weil Vermietung läuft... Ist ja total im Keller. Und wenn es irgendwann mal wieder kommt, dann schaffe ich mir neue an. Weil es macht jetzt keinen Sinn, die alle zu halten dafür. Tja, Rad ist weg. Tja, Rad ist weg! Tja, Tja, Tja. Tja, Tja, Tja. Eines weniger. Eins weniger. Nicht eins. Eines. 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 Weit mal ordentlich. Furchtbar. Okay. Weiter geht's. hinterrad zerlegen müssen wir ja auch noch darf ich nicht vergessen jetzt beugtet ihr schon so schön zusammen aber tut ja nichts zur sache einer hat mit dem anderen nichts zu tun ich kann schon die bereifung aufmachen und dann werden wir schon aufpumpen aber zerlegt werden muss die nahme trotzdem die muss dennoch zerlegt werden aber zuerst mal mache ich vorne noch hier ist vom dynamo schon richtig der reifen kaputt gefahren von der dynamo rollereiprolle hier also wirst du eisen rein so dann bin ich wieder hier mit dem reifen schlauch montage rindermesser aufgepumpt und feierabend ach nee hier wunderbar sich schön setzen hier hier noch ein bisschen rauskommen fakt ist jetzt muss ich die nahe zerlegen jetzt machen wir mal kamera wechseln kommt dann mal hierhin das ist definitiv zu locker aber hier fehlt auch die abdeckung oder spinnig achte favorit da bin ich mir jetzt nicht sicher ach das sieht nicht so gut aus das sieht nicht so gut aus hier ist schon weggefressen der sma datiert hier noch aber hier und wieder meine frage kann man das überhaupt sehen seht ihr das die macke da oben ausgelaufen totgefahren also mal sagen so ewig alt guck mal wie viele spiele hier haben in dem käfig das sagt schon alles so viel spiel dürfen die nicht haben ich war ja fast raus hier die mummeln zauber bei fetten zusammenbauen fertig so alex wollte sie ist hier siehst du das noch mal von innen das durch hier sieht man es auch hier drin ganz doll diese abgefahrenen spuren das wird so ein bisschen dunkler ist hier ist so ausgefahren asche nicht zu löten noch mal gut für wahrscheinlich ein paar jahre also fährt schon noch so ist es nicht so 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 jetzt ein trüpfchen fein fein öl Okay. also verbessert hat sich der antrieb vor der fälle der antritt der weg ist super kurz bis zum bremsen bis zum endgültigen bremsen das ist super kurz geworden das wackeln kriegen wir nicht weg wenn ich das weg kriege dann ist es zu fest ich habe es von 1998 das ist wahrscheinlich schon nicht mehr die geile qualität meines achten fehlt dem tier die abdeckung in die abdeckung dafür hätten wir diese wackeln auch nicht mehr in beim bremsanker wird ja normalerweise eine abdeckung ruf die habe ich auch nicht einzeln darum liegen jetzt ansonsten würde ich sehr aufmachen das ist genau die abdeckung genau das das fehlt hat alles bestimmt beim letzten mal irgendwie auseinandergebaut vielleicht hat er sie noch da das stück rumliegen und weiß nicht was das ist habe ich mal beiseite gepackt kann ich mir gut vorstellen bei ihnen hier rüber die baut mal wieder zusammen ja also wenn ihr verhindern wollt dass hinterher rausfliegt einfach hier mal durchstecken dann jetzt ist ja eingestellt der zuerst richtig viel mal ich möchte mal sagen so lange geht geht es noch und ansonsten hinterher drin eine neue alte neue narbe halt dann aber neu gebaut komplett gereinigt neue fette zusammengebaut fertig aus und eigentlich speichert weiß ist das schönes hat man darf nicht vergessen die dinger sind runter gefahren aber sie fahren gut die fahren wirklich gut und erfahren die leute jetzt auch wieder langsam dass sie wenn sie die alten räder auskommen auf einmal drauf sitzen und dann hast du manchmal echt so ein rad dabei wurde denkst du auch das stimmt für mich das ist genau so wie wenn du nichts haben willst du trittst nach vorne und die energie geht nach vorne und verpufft nicht irgendwo im rahmen oder im schwammigen aufbau oder irgendwas alte räder gute qualität daumen hoch dafür auf alle fälle alles andere ist schon fertig also ich hab jetzt die natürlich habe ich das spiel raus gemacht ich dachte du musst mir nicht dass ich so lange damit in den zustand fahren bin jetzt ist er eingestellt jetzt merkst du ja wie rauch kümmer ja ich höre ja die vibration ja was haben wir jetzt jetzt haben wir eine ganz kleine kleinigkeit zu machen aber ihr wisst ja vielleicht wie das mit kleinigkeiten die sind dann am ende so ein riesen ding also erstmal hier kriegt der schlüssel das war das aber schon offen weil das ist jetzt nicht so der schlüssel ist nicht mehr da das sollte auch als erstes haben wir dann möchte ja der gute man die schraube ausgetauscht haben wir ja so ein altes werkzeug hier nicht hat sie klassische verschraubung wer hat denn keine maulschlüssel mehr zu hause gehören in jeden haushalt maulschlüssel und die bremse soll ein bisschen eingestellt werden der bremse ist eingestellt zumindest die bremsweite die die stärke aber der arm der muss noch und wenn sie jetzt aber erwarten von so hat das sind du antipps unter bremst volle pulle mit den original brems geschichten und so das klappt nicht das kriegt man meist als kind nicht hin und gerade wenn man erst das erste mal so sitzt und das erste mal so richtig fährt ohne stützräder ist das zu viel verlangt also man kann jetzt nicht als erwachsener hergehen und sagen hören sie mal mein sohn wenn ihr bremst dann fährt das ding ja weiter oder so das funktioniert schon das ist ganz gut hier sollte man festschrauben das machen wir natürlich hoch was war noch die schraube tauschen das guck mal ob ich da jetzt was habe was war die schraube war 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 Ja, sicherlich, da wollte ich den ziehen. Deiner Schwapsinator! Deine Beine, die haben auch am Hof gekriegt. Und jetzt bin ich da fast hochgesprungen. Wie ein junges Reh. Das ist schön. Mann, die auch, dass ich diese Kiste hier schon rausgeholt habe. Die Jahre vergehen so schnell. Ja, und dann ist es Weihnachten, Ostern, Weihnachten, Ostern. Das ist doch verrückt. Ich habe das hier bestimmt aus diesem Ding schon dreimal rausgezogen. Ja, davor hatten wir sie ja. Davor hatten wir sie zu Hause in der Plastikbox. Oh Mann, ey, dass die Arten so schwer sind. Was ist das so schwer? Ja, die Arten. Ach, diese, ja. Sie klingelt hier bei der Abholung. Ich bin doch weg, weil da draußen kommt. Vermutlich noch mehr komme ich hier nicht raus, wirst du? Alle verrückt. Corona. Sind die Italiener? Muss man auch verpassen. Italiener. Ja, so lange, dass wir noch zu lachen haben, Man muss das ja auch mit Humor sehen. Das ist ja auch so sehen. Findet doch gar nicht verwerflich, wenn einer sich einen Scherz macht oder so. Ich kann da drüber so lachen. So schmunzeln. Genau. Heißt doch so schön der Spruch. Lach, wenn es zum Eulen nicht reicht. Okay. Funktioniert. Jetzt fährst. Hör sie. Ja, mach mal, Jun. Komm. Hör mal Kamera mit. Wo ist die denn? Moin. Hast du vielleicht ein bisschen Luft für mich? Ach so, die haben... Wo ist die Bumpe? Die habe ich hier hingestellt. Hier. Der ist schon aufgeräumt. Schon aufgeräumt. Schon aufgeräumt. Da kommt sie. Hallo. Super, danke. Bitte. Ach so, ein Paket für dich hier. Bis alle kommen. Ja, danke. Ich muss noch mal ein Portsetzgeschehen. Danke dir. Ja. Moin. Kommst du hoch? Ich habe einen Auftrag für mich, wenn es noch geht. Ja, gleich. Jo. Aber nur Annahme, wa? Jo. Ich könnte den ganzen Tag so weiter entschuldigen. Kannst du rein? Ja. Du steh'n. Und das Moin nicht zu, ne? Wir nehmen auch offen. Moin zu. Moin da hoch. Moin da hoch. Ach so. Dann kann ich's ja eigentlich überhaupt nichts erklären. Aber guck mal, das ist so ein geiles Rattich-Gefekt hab. Reicht ja auch. Ist bestimmt schon halb oder so, ne? Ist schon. Zweig. Oh nein. Oh nein, no nein, no nein. Next? Next. Next? Next. Teer, das wird halt sein. Tee. Next. 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 Next, next.... Mama sieu olmak. Mama, all的是 du mal? Als der Nov Wisconsin. da obi ist ja fach pi lappi gut ich geh auch mal um vor meinen seelenfrieden danke bis später schattet jetzt ab peace the world hier ist mein Ei und Eier na wo denn wo Papa für ein blauen Osterei guck mal wie niedlich diese Osterei wow das ist ja wieder ein Kunststück also ey mal lies es ein Stück Osterei Mama ich hab ein Sticker hier drin gefunden Kunst Ei mit mehr Jungfrauen und allem wow ein Ei naja das kannst auch nur du die Mutti dekoriert unseren Osterstrauß der sieht so toll aus wir haben nämlich die Wussereier ganz oft bemalt das hat einen Spaß gemacht und das hat mich schon mal Papa mein Vater hat mich auch auf ja wir können großes Glück haben dass wir eine Farbe gefunden haben und so ein Kissen auch aufgekauft mit dem äh ich kann sie die Oh, Corona-Feier! Corona-Feier Ostern! Nein! Ich dachte, du würdest etwas hören! Nee! Ach Mensch! Corona-Feier Ostern! Ja, dir auch! Für euch alle! Danke! Grüßt alle bei Kreuz und Fleisch! Mach ich! Ich krieg keine Corona! Du bist gut eingelegt! Essen, was da ist! Trinken, was klar ist! So, mach's gut! Ciao! Ja! Früher hab ich immer gesagt, atomfreie Ostern, aber... Ja, jetzt! Ne, den müssen wir trotzdem haben! Tschö! Ciao! Hallo! 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 Hallo? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Oh